Oh man, jetzt muss ich die... Okay, einer ist betäubt, ist aber nur Fenrir, zum Glück. Ah, der Schock, der ist nicht gut. Und das da hasse ich noch mehr. Also ganz ehrlich, wenn zu viele von diesem Gallenzeug getroffen werden, ist das nicht gut. Hm, wie mache ich das am besten? Hallo, versuch mal einen von den beiden rauszulocken. Okay, einer ist draußen. Das war wiederum scheiße. Lass sie nicht angriffsbinden, dass sie nicht angriffsbinden sind. Das ist lästig. Hier, haltet euch erstmal zurück. Ich hasse die Kotze. Ich kriege den Kleinen nicht vom Großen getrennt. Okay. Ah, Alof. Ich muss keine Idee. Xhoti, mach mal die Heilung. Tötet das Teil. Xhoti, noch eine Heilung. Okay. Down. Okay. Gut. Auch wenn es nicht viel bringt. Und Alof Bogen. Xhoti, wechselt auf Fernkampf und benutzt das. Seraphil, Tod durch 1000 Schnitte. So, du belebst Fenrir mal wieder. Ja, Konstantin wird halt auf die Nase kriegen. Also, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin. Und betäubt schon wieder wegen der blöden Spucke. Du hast ja deine Heilung noch, ich benutze ihn mal. Okay. Wieder mehr Leben. Was habe ich noch, was ich gegen ihn einsetzen könnte? Sting noch mal ein Feuerball. Kostatin heilen. Ich sollte die, ich sollte die verteilen. Okay. Okay. Das ist die weiße Mann. Ich weiß, dass sie mich nicht mag. Natürlich. Bleib mit uns. Na toll, jetzt kommt er auf ihm rum. Seid ihr wieder auf einem Haufen? Das ist nicht sehr hilfreich. Das ist nicht sehr hilfreich. Oh, wir haben es schon mal auf schwer verletzt gekriegt. Kugelblitz. Kasovaris Ruf. Was hast du noch im Angebot an? Auf das hier. Oh, dem Tode nah. Wir kriegen es down. Okay, jetzt wird es schwieriger. Ja. Okay. mos. Es ist doch. Ja. Das ist doch. Ja. Du bist gut, Herr Brauch. Dann komm her. Ich bin hier. Wir stehen zusammen. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Du bist gut, Herr Brauch. Du bist gut, Herr Brauch. Schön. Was kann ich noch machen? Todesring? Und der Todesring hat's getötet. Boah. Die Bässe zerfällt seinem Haufen aus Blut und Schuppen. Die massive Kreatur zerfällt mit deinem Zischen. Du spürst, dass dir vertraute Gefühle deiner Seele, die einen Körper verlässt. Nur, dass die Energien dieses Mal einen Ausmaß annehmen, dass dich zu überwältigen brot. Die Essenz wirbelt wütend um dich herum, als würde sie verzweifelt nach einer Führung suchen. Du kannst sie ihr geben. Die Seele ist in Essenz zum ewigen Rat leiten. Ohne deine physische Hand zu bewegen, streckst du deine Seele in die Mitte der spirituellen Masse aus. Vor deiner Präsenz angezogen, akzeptiert die Seele deine Einladung. Kuss aufwirbelt die Seele um dich herum, bereit dir zu folgen. Bärsgabe. Du führst es durch den Adra, der in der Stadt von Thorvald versteckt ist, und in das Jenseits. Darf ich speichern? Und Myra strafft sich, obwohl sie einen Arm schützend um den anderen hält. Es ist also vorbei. Die Seelen wurden beruhigt. Zwischen den drei Seelen, die an diesem Ort von Myrae Dien herrschte, Zwietracht. Die Angelegenheit ist erledigt. Die Verbindung des Schmelzseels zum Strom der Seelen war unterbrochen. Aber ich habe das wieder repariert. Nur der Meister der Jagd ist berechtigt, die Einzelheiten zu kennen. Nehmen wir mal die Eins. Das ist die Untertreibung des gesamten verdammten Jahres. Das erklärt eine Menge, findest du nicht auch? Danke, dass du ihren Aufruhr besänftigt hast. Ich werde mich an das erinnern, was du getan hast, selbst in meinem nächsten Leben. Das verspreche ich dir. Was jetzt? Freut mich, dass ich dir helfen konnte. Einen Tag, an dem ich nicht die Probleme irgendeines Trunkkopfes lösen würde, wäre schließlich kein gelungener Tag. Ja, man muss doch dafür sorgen, dass dein Tod einen Sinn hatte. Freut mich, dass ich helfen konnte. Jetzt leben wir, wir suchen und wir erschlagen. Sie grinst. Dabei glitzern ihre scharfen Zähne im Licht. Wir werden es überleben. Bitte lass mich speichern. Oh ja. Oh, vielleicht, ich hörte von einer... Also ein neues Artefakt. Ich fass mich mal kurz. Wir speichern jetzt, weil wir sind wieder arg über der Zeit. Das wäre dann jetzt LP 077. LP 077. Speichern. Und bis gleich. Die Schampeich. Vielen Dank.